Hallo YouTube, KuchenTV entschuldigt sich für seinen Anni-the-Duck-Skandal, den er da hatte mit dem undifferenzierten Interview. Das freut mich, es geht ab hier, ich entschuldige mich für das Anni-Interview. Und wir gehen da mal kritisch rein, verdammte Kiste, und treten nach. Wenn euch der Content gefällt, Däumchen nach oben, würde ich mir freuen. Und ein Abo, weil viele Leute, die hier zugucken, haben noch nicht abonniert. Und damit wir groß und stark werden, und dann gehen wir rennen. Jo, Freunde der schlechten Interviews. Eigentlich wollte ich in diesem Video jegliche Kritik von mir abwenden, euch beleidigen, alle als dumm darstellen und euch klar machen, dass Sascha Gaskritik komplett an mir abblättert, denn sie ist eine Frau. Allerdings habe ich mir dann so überlegt, warte mal. Das wäre ein besseres Video gewesen als alles, was jetzt kommt. Das hätte ich mir so sehr gewünscht. Einfach in das Narrativ reinspielen, was Shuyoka seit Jahren, seit Jahren verbreitet. Ja, zu sagen, alle Frauen, er geht einfach nur auf Frauen. Das ist halt genau das, was wir Shuyoka die ganze Zeit vorwerfen. Bitte seien Sie vorsichtig, auf der Autobahn befindet sich ein Falschfahrer. Einer? Bruder, hier sind Hunderte! Ich denke, die meisten von euch... Bruder, der Witz ist so alt, dass es wehtut. Das ist so ein alter Witz, aber er hat sich die Mühe gemacht und sich ins Auto gesetzt. Das ist auch nicht schlecht. ...euch werden das Kaffee und Kuchen mit einer gesehen haben. Und viele von euch wahrscheinlich auch das Video, was Sascha dazu hochgeladen hat. Oder auch die Reaction, die von Rezo dazu kam. Und hierzu kann ich vor allem eine Sache sagen. Tja, Jakob Rätsel, da bin ich wohl der Erste, der von Sascha gefickt wurde. Ich muss hier auch... Warum musst du mir das unter die Nase halten, du Arschloch? Entschuldigung, Leute, die Wunde sitzt noch tief. Ich hab mir so viel Mühe gegeben, um problematisch zu sein. Und dann ist er einfach als erstes dran. Meine Ehefrau Sascha, warum tut sie sowas? Leider zugeben, ich kann mich da halt nicht verteidigen. Das Interview war einfach wirklich kompletter Müll. Also hab ich ChatGPT gefragt, was ich denn jetzt am besten machen soll. Einsicht zeigen, ehrlich Entschuldigung, Lerneffekt betonen, direkt an die Betroffenen wenden und Feedback annehmen. Ja, ich denke, das krieg ich hin. Ich habe mir dazu auch eine Entschuldigung vorschreiben. Also ich meine, ich hab... Heier ich. Chat-Jokes sind immer gut. Ich hab eine Entschuldigung selber geschrieben, die würde ich jetzt einmal ganz kurz vortragen. Liebe Community, ich möchte mich aufrichtig für mein Verhalten im Interview mit Frau Anni Thedag entschuldigen. Ich habe nicht kritisch genug nachgefragt und wichtige Aspekte nicht genügend beleuchtet. Mir ist bewusst geworden, dass ich dadurch wichtige Fragen und Perspektiven verpasst habe, die viele von euch gerne gehört hätten. Es tut mir leid, dass ich euer Vertrauen in meine Interviewführung enttäuscht habe. Ich nehme die Kritik sehr ernst und werde daran arbeiten, in Zukunft besser zuzuhören und gezielter nachzufragen. Ich bin dankbar für euer Feedback und möchte aus diesem Fehler lernen. Es ist mir sehr wichtig, dass mein Kanal ein Ort für respektvolle und tiefgehende Gespräche... Erinnert euch das an MikiTV? Ich meine, er hat noch gar nicht erwähnt, dass er irgendwelche Arenen gefüllt hat mit seiner bloßen Existenz. MikiTV, der wäre da längst schon... Der hat sich schon dreimal gelobt, genau wie Tobias Huch. Daher werde ich auch in Zukunft daran arbeiten, eure Erwartungen zu erfüllen und besser zu werden. Vielen Dank für eure Offenheit und euer Verständnis. Dein Name. Es ist wichtig, dass die Entschuldigung ehrlich und authentisch ist. Deine Community wird merken, wenn du es ernst meinst und bereit bist, aus deinen Fehlern zu lernen. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Saschkas Video war halt tatsächlich einfach eine komplette 10 von 10. Also ich kann mich da auch nicht verteidigen. Ich wüsste nicht, was ich dazu sagen soll. Saschka hat die Punkte sehr gut analysiert, hat komplett gezeigt, was da falsch gelaufen ist. Und dummerweise hat sie auch gezeigt, dass ich bei Leroy genau das kritisiert hatte, was ich dann selber gemacht habe. Auch KuchenTV kritisierte damals das Ganze. Leroy saß einfach daneben, wahrscheinlich weil er selber gar keine Ahnung davon hatte. Das ist natürlich stark gewesen, also dieses Ding rauszuholen nach dem Motto. Also um jetzt fair zu sein, das ist den Leuten schon aufgefallen, bevor sie es halt thematisiert hatte. Vorher hatte er schon diesen Leroy-Stempel nach dem Motto. Also das kam jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob sie auch den Einfall hatte, ob es eine Mehrfachschöpfung war. Aber das ging ja vorher schon rum, bevor ihr Video kam nach dem Motto. Der hat sich da widersprochen mit der Leroy-Geschichte. Aber war natürlich stark, dass es aufgegriffen hat in dem Video. Und hat das halt einfach so mitgenommen. Und das ist natürlich gerade bei so einem Thema sehr kritisch zu sehen. Aber immerhin zeigt mir das, dass sie ein aktiver Teil meiner Community ist. Und das bedeutet mir wirklich viel. Ich glaube, mit ihr essen zu gehen, ist ein bisschen realistischer als mit Shoyoka. Ich habe auch auf diese... Nein, ich will mit ihr essen gehen. ...das Video reagiert. Und ja, ich wusste großteils jetzt nicht, wie ich mich da verteidigen soll. Das Ganze hat mich komplett an dieses Meme hier erinnert. Ja, krass. Ja. Das ist alles, was du dazu sagst? Ja, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Aber was ich in diesem Video... Er hat mich angeschrieben, weil ich der Typ bin, der immer alle Memes hat. Und hat mich gefragt, ob ich dieses Meme parat habe. Und ich hatte es nicht. Also, so ein Lexikon bin ich jetzt nun auch wieder nicht. Aber er hat es ja gefunden. Happy End, Ende gut, alles gut. ...machen kann, ist, euch zu zeigen, was so falsch gelaufen ist, warum das Ganze falsch gelaufen ist. Und das, was JetGPT gefragt hat, irgendwie mit, ja, irgendwie zukünftig wird es besser und so. Viele von euch waren ja der Meinung, dass ich mich von Anni habe manipulieren lassen. Und ja, jetzt im Nachhinein, wo ich mir Teile von dem Interview auch nochmal angeguckt habe, muss ich tatsächlich sagen, die hat das wirklich klug gemacht, muss man sagen. Ein Vorwurf, der rumgegangen ist, war ja der, ob Anni wirklich rumerzählt hat, dass Moki drei Männer vergewaltigt hat. Sie hat die Frage dann am Anfang so hier beantwortet. Also, ich will das V-Wort gar nicht in den Mund nehmen, bin ich ganz ehrlich. In der Öffentlichkeit, ich finde das ganz, 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 ganz schwierig. Und ich finde, das sind irgendwie... Deshalb macht sie es lieber privat hinter den Kulissen, in WhatsApp-Verläufen, ne? Das ist ja, es ist sehr, sehr privat. Das macht sie nur im engen Kreis hinter den Kulissen, wo es keiner mitbekommt, die Lüge. Jetzt so Themen, die jetzt eigentlich in einem Video nichts verloren haben, das habe ich auch in meinem Video gesagt. Und Rezo hat mir hier geschrieben, Bro, die ist der Frage damit komplett ausgewichen. Denn der Kern dieser Frage war ja genau dieser Vorwurf. Es ging ja darum... Aber du hast ja auch gut nachgehakt, das muss man jetzt zu deiner Verteidigung sagen. Ich meine, du hattest sehr, sehr gut gekontert mit... Joa. Und dann hast du noch einen guten Punkt gesagt. Dann sagtest du im Laufe des Interviews... Im Laufe des Interviews sagtest du dann nach einer Minute circa nochmal Joa. Und nach zwei Minuten dann nochmal Joa. Also, das kann man dir nicht vorwerfen. Du hast... Warum hast du Leuten erzählt, Moki hätte drei Männer vergedingst? Ich will das jetzt nicht zu oft sagen. Sie hat die Frage einfach geschlossen, indem sie gesagt hat, Ja, aber bitte nutzt dieses Wort nicht. Ist das in Ordnung? Weil das ist ganz böse. Das Problem ist, das ist ja der Kern. Also, wir müssen ja über dieses Wort reden. Das geht in der Frage ja gar nicht anders. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich mir das angucke, dann frage ich mich halt auch, wie kann man so dumm sein, das nicht zu checken, dass sie da komplett aus der Frage geflüchtet ist. Aber auch Sascha sind einige Videos aufgefallen, wo ich sagen muss, Stimmt, Digga, wie dumm man die ganzen Sachen habe ich in dem Moment einfach gar nicht gedacht. Beispielsweise hier. Man sieht einfach, dass er immer noch heulendes Gesicht hat von dem Clip, den er gerade aufgenommen hat. Er hat immer noch leicht rote Augen, der Mann. Junge, Junge, Junge. Er hat das wohl ziemlich zeitnah zusammen aufgenommen. Ariel schreibt auch, Joa. Und Blechecho schreibt auch, Blechecho schreibt auch, war halt kein gutes Interview. Ja, stimmt. Aber es sieht er ja ein und dann ist ja alles gut. Ich meine, jeder macht mal Unsinn. So, ne, vor allem, wenn man halt so viele Videos wie er hochlädt, würde es an den Wunder grenzen, hätte er nie irgendwo irgendwas gehabt. Er hatte jetzt schon öfters mal einen Skandal tatsächlich. Also, das, wie gesagt, ist jetzt auch keiner seiner schlimmsten Skandale. Er hat jetzt dafür auf die Finger bekommen. Er hat sich jetzt entschuldigt und ordnet das jetzt nochmal richtig ein, stellt es nochmal klar. Und ich denke, die Sache sollte dann da gut sein. Also, außer irgendjemand möchte da jetzt nochmal eine größere Sache draus machen, als es ist. Und, äh, aber wie gesagt, ich finde es gut, dass er es hier auch nochmal aufarbeitet. Also, tipptopp, ist doch gut. Beispielsweise hier. Das wollten wir doch haben, dass es kritisch einordnet. Und jetzt tut das. Ne? Ja, wie gesagt, weitererzählt ist auch ein bisschen, äh, krass. Das klingt, als ob ich es irgendwie so 30 Leuten erzählt hätte oder sowas. Aber das ist wirklich, wirklich, wirklich im ganz, ganz, ganz kleinen Kreis geblieben. Und Nella ist wirklich die Ausnahme gewesen an einer Person, die ich nicht gut kenne und die Mauki nicht gut kennt, der ich das erzählt habe. Aber warum erzählt man Leuten, denen man nicht gut kennt, eine Sache, die man irgendwo mal aufgeschnappt hat? Wie sie in dem Clip schon oben hingeschrieben hat, weitererzählt, ist halt weitererzählt. Vollkommen egal, ob 1, 5, 10 oder 100 Personen. Sowas macht man grundsätzlich einfach nicht. Nehmen wir einfach mal an. Die Aussage von Anni würde stimmen und Mauki hat ihr wirklich mal erzählt, Jo, ich hab diese paranoide Schizophrenie. Das Ganze hätte sie ihr ja im Vertrauen gesagt. Selbst wenn du das nur einer Person weitererzählt hast, wäre das trotzdem nicht cool. Dass man aber daraus einfach den Schluss zieht, ja, die benimmt sich komisch, dann wird die bestimmt ihre Tabletten deswegen nicht mehr nehmen. Ist eigentlich voll kritisch. Dass ich auf sowas nicht weiter eingegangen bin, ärgert mich im Nachhinein. Ein weiterer Punkt, den Sascha nicht angesprochen hat, der mir aber aufgefallen ist, diese Chat-Nachrichten an Nella zum Beispiel. Da kann man sehen, die sind schon ziemlich lang. Und wenn sie schon sowas Privates, wie diese Schizophrenie, weitererzählt hat, hätte man ja auch mal fragen können, Jo, also hast du da jetzt ihre komplette Lebensgeschichte weitererzählt? Kuvanostra fragt, meinst du, Kuchen hat das nur so gemacht, um eine Einladung zur nächsten Sexparty zu bekommen, damit er sein Pipi-Präsentationen zeigen kann? 100 Prozent. Ja, ne, also so notgeil schätze ich ihn auf jeden Fall ein. Absolut. ... oder um was ging's da eigentlich? Dazu wäre natürlich noch die Frage, warum man das überhaupt weitererzählt an Personen, die man halt nicht kennt. Und ja, Andi hat irgendwie gesagt, ja, wurde mir von Shoyoka empfohlen, bla bla bla. Ist ja trotzdem nicht cool, das einer random Person zu erzählen. Da hätte man definitiv nachhaken müssen. Ich muss hier tatsächlich einfach zugeben, das war halt kein Interview, was ich geführt habe, sondern im Grunde habe ich eine Frage gestellt. Andi hat geantwortet. Ich habe gesagt, jo, alles klar, gut, dann machen wir mal weiter, ne? Und dann kam halt direkt die nächste Frage. Ich könnte jetzt auch noch hunderte andere Stellen in diesem Interview zeigen, wo genau das passiert ist, aber ich glaube, wir sind uns fast alle einig, das Interview war jetzt keine Glanzleistung von mir. Und natürlich ist jetzt irgendwo auch die Frage, hm, wieso ist das Ganze überhaupt so passiert? Naja, es ist tatsächlich ganz einfach. Seitdem ich Beef mit Shoyoka habe, traue ich mich einfach nicht mehr, einer Frau zu widersprechen, weil ich nicht mehr als Antifeminist dargestellt werden möchte. Ich liebe es. Shoyoka, die Schuld in die Schuhe zu schieben, ist einer meiner Lieblingssportarten. Aber meint er ja nicht ernst. Ich finde, Shoyoka trägt hier die komplette Schuld dafür. Nein, Spaß beiseite. Ich denke, es sind genau zwei Dinge, die da einfach falsch gelaufen sind. Und nein, das soll jetzt keine Rechtfertigung dafür sein. Ich möchte nur erklären, warum das Ganze so passiert ist. Ich habe dem Thema einfach nicht genügend Respekt entgegengebracht und mich auch im Vorfeld nicht genug damit auseinandergesetzt. Klar habe ich gefühlt zu allem, was in diesem Beef passiert ist, ein eigenständiges Video gemacht. Aber um so ein Interview vernünftig zu führen, gerade bei so einem komplexen Thema, hätte man sich halt wirklich in stundenlanger Arbeit hinsetzen müssen, alle Belege und so weiter raussuchen müssen, zu den Fragen, die man stellt, damit Anni nicht die Möglichkeit hat, irgendwas zu verdrehen und natürlich auch während dem Interview darauf achten, dass sie den Fragen nicht ausweicht. Boah, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, so viel Aufwand wäre das tatsächlich gar nicht gewesen. Als es hätte schon geholfen, hättest du mehr gesagt außer, joa, das hätte schon mal ungemein geholfen auf jeden Fall. Ich glaube, du hast es einfach so, also, ich glaube, er hat es auf die leichte Schulter genommen. Das möchte er auch sagen. Er hat es auf die leichte Schulter genommen und das hat ihn dann irgendwie überrannt. Und jetzt sieht das ja ein. Aber ich glaube, viele Leute, die das Interview live gesehen haben, mit ihm und ihr zusammen, die darauf reagiert haben, die hatten ja direkt die Antworten parat. Also, sogar ich habe ja gemerkt, und ich bin weniger in der Thematik, denn als KuchenTV, dass sie einfach ausweicht. So, ne, oder, äh, oder, ähm, oder, ich glaube, irgendwer hat, nee, Traymond wurde von Sascha gelobt. Der hat es ja auch direkt, direkt gecheckt, ne. Also, einige Leute haben direkt gecheckt, als dritter Zuschauer, dass da was nicht stimmt. Und die sind ja weniger in der Thematik drin, als du eigentlich. So, ne, das muss man ja dazu sagen. Klar kann man es argumentieren, ist vielleicht eine andere Situation, wenn man das Interview gerade führt, wenn man da auf andere Sachen achtet. Aber, äh, also, ich glaube, also, mein Punkt ist einfach, ich glaube, so viel Vorbereitung hätte es gar nicht benötigt. So, ne, man hätte einfach bisschen, bisschen dreister nachhaken können, ne. Weil, also, ne, also viele Leute, die es angeguckt haben, die hatten ja direkt die Argumente am Start und die sind nicht so im Thema drin wie du. Also, ob das jetzt so der Punkt ist, frage ich mich. Danke für die Blumen, schreibt Traymond. Witzig, Catsplay auch da. Meine Güte, ein kleines Meinungsblogger-Treffen hier, verdammte Kiste. Die jungen Meinungsblogger sind da. Was schreibt Catsplay? Jetzt mal ehrlich, er hat schon so in Kauf genommen, oder? Also, er wusste, er wird ein Shitstorm und er wusste, eine Entschuldigung reicht. Ey, ich glaube, ich glaube nicht, dass er wusste, dass daraus ein Shitstorm wird. Glaube ich nicht. Ich meine, so selbstsicher, wie er davon erzählt hat, weil sonst hätte er es in der Form, glaube ich, nicht hochgeladen. Also, er wusste 100% nicht, dass das ein Shitstorm gibt. Er dachte einfach, es reicht. Und dann hat er ganz schnell gemerkt, oh, scheiße, es reicht nicht, dass ich nur Ja sage. Und dann hat er auf die Fresse bekommen und jetzt entschuldigt er sich. Und er hat es ja eingesehen. Das ist ja der Punkt. Aber der wusste nicht, als er es hochgeladen hat, dass es so backfiren wird. 100%ig nicht. Also, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Das habe ich überhaupt nicht getan. Und das Ganze hätte mir halt auffallen müssen. Ich habe ja in der Vergangenheit schon mit kritischen YouTubern Kaffee- und Kuchenfolgen gedreht. Beispielsweise einem Apparat oder auch mit einem Jo Olli. Das Ding ist ... Boah. Das ist schon ein Shitstorm gewesen, Hajo, oder? Also, es war schon ein Shitstorm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das halt nur ein bisschen Kritik war. Ich meine, es haben sich ja schon einige, einige Leute sehr, sehr drüber aufgeregt. Ich meine, der gute Trey Mundo, den wir hier haben, der ist ja eigentlich eine Bipop-Person und der wurde bei Direction quasi rot. Also, so wütend war der Mann. So wütend war der Mann. Also, das war schon ein kleiner Shitstorm, würde ich sagen. Aber gut, wo fängt es ein bisschen Kritik an und wo fängt Shitstorm an, kann man sich wahrscheinlich drüber streiten. Also, es war schon ein kleiner Shitstorm. Ich meine, das merkt man immer daran, dass unter anderen Videos, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben, wurden diese Sachen kommentiert. Nach dem Motto, es wurde ihm richtig hinterhergeschleppt. Ja, Trey Mundo schreibt, das kann ich bestätigen, mein Hautarzt ist immer noch verwirrt. So nämlich. So nämlich. Trey Mundo, du bist übrigens gleich als nächstes dran. Dich machen wir hier gleich als nächstes fertig. Du hast auf mein Video reagiert. Wenn der LGBTQ-Beauftragte reagiert, dann wird Rohan antworten. Da muss man nicht so viel nachrecherchieren, weil die Vorwürfe gegen diese Person sind halt klar. Das sind fast alles Dinge, die die selber öffentlich gesagt haben. Das Anni-Thema ist halt einfach riesig. Erstmal gibt es generell Dutzende Leute, die sich zu diesem Thema geäußert haben. Dann gibt es in den verschiedenen Videos etliche Chatverläufe, die veröffentlicht worden sind. Dazu gibt es halt auch noch hunderte Zeugen, die zu x Situationen irgendwas gesagt haben. Und wenn man das Interview vernünftig hätte führen wollen, dann hätte man sich das alles nochmal angucken und einordnen müssen und das auch griffbereit während dem Interview haben müssen, damit man das in dieses Interview auch mit einbauen kann. Und ja, das war mein Fehler, dass ich dem Thema einfach nicht die nötige Zeit und nicht den nötigen Respekt gegeben habe, um das wirklich so vernünftig vorzubereiten. Saschke hat in dem Video das ja so dargestellt, als ob es mir da jetzt nur ums Geld gegangen wäre. Und klar, wir müssen uns nichts vormachen. Ich bin Kapitalist durch und durch gar keine Frage. Aber was mir noch... Also der Punkt, der mich da ein bisschen stört, dass es ihm nur ums Geld geht, muss man sagen, also klar, er kommuniziert das recht offen. Aber das ist jetzt so meine Meinung dazu. Ich glaube, es hätte monetär gesehen keinen Unterschied gemacht, wenn er das Interview differenzierter geführt hätte oder wenn er ein bisschen nachgehakt hätte, wenn er ein bisschen mal reingepult hätte. Das hat er ja gar nicht gemacht. Das war ja die Kritik, dass er sie einfach geplattformen hat und die konnte ihre Märchenstunde machen und er saß da und hat zugehört mit dem Kakao in der Hand. So, das war ja die Kritik. Ich glaube, es hätte monetär gesehen wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht, hätte er differenzierter da reingegangen, weil, also, Hauptsache, er hat den Upload. Das Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen kann, ist, dass man eventuell dachte, okay, wenn ich jetzt zu viel nachhake, dann bricht Anita Duck das Interview ab und dann habe ich kein Upload. Das ist das Einzige, was ich mir irgendwie so ausmalen kann, wo man jetzt sagen könnte, da hätte er jetzt monetär einen Mehrwert gehabt. Weil den Upload hätte er sowieso gehabt. Oder? Also, das ist jetzt so mein Gedankengang dazu. Würde mich mal interessieren, was sieht, was sieht, äh, was sieht, äh, Traymond dazu? Du bist ja gerade hier. Traymond und Catsplay, die Meinungsblogger unseres Vertrauens. So, was sagt ihr dazu? Also, theoretisch ist ja so, den Upload hätte er mehr oder weniger sowieso gehabt. Ne? Ob er jetzt mit ihr zusammensitzt und differenziert ist oder ob er jetzt mit ihr zusammensitzt und, äh, und so ein Unfall bei rumkommt, wie es war. So, ne? Letzten Endes ist es doch monetär gesehen das Gleiche, weil er lädt den hoch. Also, das Interview wird ja jetzt nicht öfters geklickt, weil er nur Ja sagt. Also, denke ich, ne? Gut, es wurde jetzt, weil es ein Shitstorm draus wurde, wurde es wahrscheinlich öfters geklickt, aber das wusste er ja im Vorhinein nicht, dass das so ankommen würde. Sonst hätte es ja nicht hochgeladen. Also, ihr könnt euch sicher sein, dass KuchenTV, dass Kaffee und Kuchen, nachdem er es aufgenommen hat, nicht nochmal angeguckt hat. So was, so was macht er nicht. Er schneidet ja das auch nicht selber. Er hat die Datei, als er aufgenommen war, kann ich euch genau Brief und Siegel drauf geben, der, er hat die, äh, der hat die, äh, gespeichert, hat seinen Cut darüber geschickt und dann hat er damit nichts mehr zu tun. Ne? Dann, dann ist er dann am Erscheinungstag eine Stunde nach Erscheinung draufgegangen, hab die Kommentare gesehen und dachte, scheiße. So war's nämlich. So. Katsby schreibt weniger Vorbereitungszeit und Anni lässt sich länger befragen, gleich mehr Watchtime, denke ich. Okay, also, also würdest du über, also, also so auch kommen, wie ich argumentiert habe, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass er vielleicht die Angst hatte, dass sie das Interview abbricht, wenn er zu widerspinstig ist. Das wäre also auch im Prinzip dein Punkt. So, ne? Das hatte ich ja eben erwähnt. Witzki, danke für den Stufe 1, Sub. Schön, dass du da bist. Ich bin dabei, bist du dabei, uns zu verlieren. Ne? Ja, ja, ich denke, das wäre realistisch. Ja, es könnte, 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 könnte durchaus sein, ne? Also, ähm, aber muss natürlich auch nicht sein, ne? Wir wissen beide nicht, ob er in dem Interview so weit gedacht hatte, dass er jetzt dann, dann sich, dann sich so dachte, okay, wenn ich jetzt wenig Nachfragen stelle und nur ja sage, dann kriege ich vielleicht 20 Minuten mehr raus. Wissen wir nicht, ne? Letzten Endes. Ist auch nur, auch nur irgendwie eine Vermutung. Wichtiger ist, als das Geld ist tatsächlich... Ich kann ihn fragen. Ich kann ihn fragen. Mal gucken, ob Arschloch angeht, ne? Ich rufe ihn zu oft an in letzter Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ihr ihn hört. La, 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 la. Hallo, Kuren. Äh, hast du grad Zeit? Ich bin live. Ich, äh, brauche mal eine Minute deine, 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 deine Meinung zu deinem neuen Video. Äh, bei allem ist es deinem Schiedsrichter. In drei Minuten hast du Schiedsrichter. Okay, ab geht's. Ähm, folgendes. Ähm, was ich mich gefragt habe, ist, ähm, hast du dir gedacht, während des Interviews, als du Anni interviewt hast, ähm, dass du, wenn du jetzt nur Ja sagst, so nach dem, nach dem Motto, dass sie dann das Interview vielleicht nicht abbricht, ne, also wenn du nicht so nachfragst und du dann ein bisschen mehr Watchtime hast, war das dein Gedankengang im Interview? Nee, oder? Hallo? Hörst du mich? Du hast mich nicht gehört? Okay, ähm, die Vermutung kam auf, dass du während des Interviews mit Anni auf deinem, auf deinem Kuchen, äh, Channel, ähm, dass du, dass du extra nicht so widerspinstig warst, äh, wegen, wegen der Watchtime, damit das Interview länger geht. Aber das stimmt nicht, oder? Das wird zu weit hergeholt. Dann wär's länger gegangen, wenn du, stimmt, stimmt, dann hätt's dir ja, stimmt, du hast ja nur Ja gesagt, das war im Prinzip weniger Watchtime. Er hat wieder Ja gesagt. Okay, alles klar, dann, äh, dann, 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 dann mach's gut, die Pfeife, ne? Achso, und den, und den, und den Saschka, den nehm ich dir persönlich. Die Wunde sitzt tief, du Arschloch. Ne? Hoffentlich. Gut, ich muss los jetzt hier, die warten schon. Ja. Ciao. Ja. Alright. Muss mich jetzt wieder leiser machen. Okay, ihr habt's gehört, es wär vielleicht sogar länger gegangen, hätte er nicht nur Ja gesagt. Was auch ein valider Punkt ist. Was auch ein valider Punkt ist. Stimmt, hätte er länger argumentiert, dann wär das auch länger gewesen. So kann man auch argumentieren. Einfach mein Uploadplan. Und ich war letzte Woche wirklich komplett im Stress, hatte kaum Zeit für irgendwas und hätte auch als Ersatz zu diesem Kaffee und Kuchen kein Kuchen-Talks machen können. Und ich weiß, jeder normale Mensch hätte einfach gesagt, Bro, mal ganz ehrlich, auf dieses eine Video kommt es wirklich nicht an. Wenn es nicht passt, dann passt es halt einfach nicht. Ja, und ich hab mir halt so gedacht, okay, ich hab mich zwar nicht so krass vorbereitet, aber ich bin ja trotzdem in dem Thema drin, wird schon nicht so schlimm werden. Ich krieg das schon gebacken. Naja, hat, hat mäßig geklappt. An dieser Stelle muss ich mich deswegen auch einfach bei Moki entschuldigen. Denn jetzt mal komplett abgesehen davon, wer in welchem Thema jetzt irgendwie Recht oder Unrecht hat, merkt man ja in diesen Videos, wie sehr sie dieses Thema belastet. Dass ich dann meine Reichweite Anni zur Verfügung gestellt habe, um so ein unkritisches Interview zu führen und ihr einfach nur die Bühne zu geben, um ihr Zeug zu labern, ohne da irgendwie mal nachzuhaken, ist von mir auch menschlich gesehen einfach ein ziemlicher Abschaum-Move gewesen. Dieses Kaffee und Kuchen hat halt nicht die Qualität erreicht, die hier am Anfang mit Jakob Rätsel. Und das war, das war, das war auch nicht sehr menschlich. Qualität erreicht, was ich normalerweise in meinen Videos haben möchte. Also jetzt nicht, dass ich recherchiere, das hat Shoyoka euch schon gezeigt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und in Zukunft... Oh nein, das wird sie ihm wieder jahrelang vorhalten, die gute Shoyoka. Das wird sie ihm wieder sowas von jahrelang vorhalten. Dass es jetzt hier als Joke wieder eingeworfen hat, das wird sie nicht in Ruhe lassen. Die Frau wird schlaflose Nächte haben. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Alter, der hat das einmal aus Spaß gesagt, seitdem recycelt sie das. Und der recherchiert ja gar nicht für seine Videos. Das hat er ja selbst zugegeben. Es hat doch jeder kapiert, dass das hier ein Spaß war, oder? Bitte sag mir, dass es die meisten Leute kapiert haben. Ey, wirklich. Shoyoka sitzt da und sie denkt sich so, ja! Ja, er hat mir zugestimmt. Und alle anderen schütteln einfach nur den Kopf. Im Raum. Werde ich das halt besser machen. Entweder ich lasse solche kritischen Themen, wo es wirklich um so riesige Themenballen geht und so weiter, einfach weg, wenn ich mich nicht bereit dafür fühle. Oder selbst wenn irgendwas abgesprochen ist, drehe ich das Ganze halt nicht, wenn ich merke, jo, also da kann ich jetzt nichts Sinnvolles dazu beitragen. Eine Sache aus dem Saschka-Video möchte ich aber trotzdem noch mal richtigstellen. Das ist nicht objektiv. Und das ist auch nicht, ich gebe der Person eine Plattform, um sich zu äußern. Die hat die Plattform. Die hat mehrere Plattformen. Und die Sache ist, wenn sie etwas berichtet, wenn sie ein Video macht, dann werden auch alle darüber sprechen. Das sieht man doch. Das sieht man doch, dass alle dazu ein Video machen. Mir ist natürlich bewusst, dass sowohl Anni als auch jeder andere Content-Creator nicht meine Reichweite benötigt, um irgendwas klarzustellen. Ich persönlich sehe es aber so, dass es einfach ein Zeichen von Respekt ist, dass wenn ich Leute auf meinem Kanal kritisiere und grundsätzlich auch egal wer, dass diese Person die Möglichkeit haben soll, auch auf meinem Kanal Stellung zu diesen Vorwürfen zu beziehen. Denn man erreicht auf jedem Kanal logischerweise andere Leute. Und wenn ich vor meiner Zuschauerschaft jemanden kritisiere, dann soll diese Person auch vor meiner Zuschauerschaft die Möglichkeit haben, sich dazu zu äußern, Fehler einzusehen oder mich zu manipulieren. Außerdem noch eine Sache zum Schluss. Und ich weiß, das ist auf YouTube komplett normal, aber vielleicht kann mir das irgendwer erklären, weil ich check das einfach nicht. Nachdem Saschka ihr Video hochgeladen hat, habe ich ein paar hundert Abonnenten verloren. Und ich kann das halt nicht nachvollziehen. Also diese Leute haben mich vorher abonniert, haben auch dieses Interview gesehen, denen war das aber egal, sondern eine andere Content-Creatorin musste denen das vorkauen, damit die sich sagen können, oh stimmt, ich bin zu dumm, um das selber zu checken, aber das Interview war ja voll schlecht. Oh Mann, KuchenTV hat einen Fehler gemacht und deswegen kann ich ihn jetzt nie wieder gucken, denn ich bin persönlich fehlerfrei. Also ich blick das nicht. Na, es wundert mich, dass Stay kein Video gemacht hat, wie gegen den Paraberitter, dass er dann schreibt, Kuchen, du hast mich verloren. D-Abo. Nein, also ich weiß nicht, ob das so ungewöhnlich ist. Ich meine, die haben das vielleicht, vielleicht hatten sie dich abonniert, vielleicht haben sie nicht aktiv deinen Channel verfolgt und dann haben sie es erst bei, also es ist ja nicht so, du hast ja über eine Million YouTuber. Äh, was? Sorry. Also ich wollte sagen, ich finde das jetzt nicht ungewöhnlich, was er sagt. Ich meine, er hat ja auch nur 200 Follower, äh, 200 Abonnenten verloren. Ich meine, er hat insgesamt über eine Million Abonnenten. Davon haben circa 150, 200.000 das Video gesehen. Es kann ja auch sein, dass irgendwelche von denen dich nicht aktiv gucken und nicht dieses Kuchen, Kaffee und Kuchen gesehen haben. Dann haben sie Saschka gesehen, dachten dann, boah, der ist ja voll unsympathisch, der macht voll die Scheiß-Videos der KuchenTV und haben dich dann abonniert. Also es, äh, deabonniert. Es heißt ja nicht, dass die vorher dein Video geguckt haben müssen. Und selbst wenn sie dein Video vorher geguckt haben, ähm, und dann reagiert Saschka drauf, kann ja sein, dass die nochmal ihre Meinung dazu ändern. Was ist euer Gewerkrank? Oder es dann noch schlimmer einstufen, als sie es vorher gesehen haben und dich dann deabonnieren. Ne? Das kann ja, kann ja durchaus passieren. Also das, also ich, ich finde den Punkt jetzt gar nicht so weit hergeholt, dass da paar Leute, ähm, entfolgt haben. Ja? Ich so, manche Leute haben mich ja bestimmt Monate oder Jahre lang geguckt und dann machst du so einen Fehler und die Leute so, jo, Digga, das war's. Tut mir leid. Hä, aber das waren 200 Leute. Also du weißt doch nicht, ob das 200 sehr aktive Zuschauer waren. Also, verstehst du, was ich meine? Vielleicht waren das ja 200, die dich gar nicht geguckt haben, die dich so in ihrer Abo-Liste halt hatten, aber dich nicht aktiv schauen und dann sehen die Saschka, sehen, okay, du bist ein Dulli und dann haben sie dich deabonniert, so. Ja, also, keine Ahnung, das würde ich jetzt nicht so krass einschätzen irgendwie. Leid, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Was kann ich also abschließend dazu sagen? Das Interview war kompletter Müll, das kann man nicht verteidigen, das Video von Saschka war wirklich sehr gut, auch wenn es weh tut, das zu sagen, guckt euch dieses Video ruhig an. Sie ist aber trotzdem noch eine Frau, ne, vergesst das bitte nicht. Ich entschuldige mich auf jeden Fall auch, vor allem bei Moki und den anderen Betroffenen, dass ich dieses Thema nicht mit genügend Respekt behandelt habe. Wie gesagt, ich werde in Zukunft aufpassen, dass ich solche Themen, also als Kaffee und Kuchen entweder komplett weglasse oder mich halt wirklich vernünftig vorbereite, um das vernünftig zu führen. Den Opfern dieser Tragödie kann ich nur eines versichern. Es tut uns allen schrecklich leid. Tut uns echt leid. Tut uns echt leid. Ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, die Leute, die noch da sind, geben mir noch eine Chance und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Okay, thank you. Starkes Video. Also, er hat sich entschuldigt, hat sich gerade gemacht, hat gesagt, was falsch gelaufen ist. Finde ich gut. Saschka hat das geschafft, wovon Shuyoka nachts träumt. So ist es. Der Sketch mit dem Auto und dem Falschfahrer am Anfang zu wild. Jetzt wird er noch bestätigt in seinen Rentnerwitzen. Freigesprochen, Bilder benutzt 100% authentisch. So nämlich. Ja, Leute, Kuchen.TV ist wieder, wieder auf der coolen Seite, der macht. Ja, bitte deabonniert ihn nicht mehr, als sich entschuldigt. Und genau, genießt einfach weiter sein Content und meinen. Und dann ist alles gut. So, lasst mir gerne eure Meinung dazu da und ein Däumchen nach oben, dann würden wir euch loben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ihr geilen Menschen, ja? Tschüssli, Müsli und ciao, Kakao, ab zum nächsten Video. Müsli und ciao, 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 Bis zum nächsten Mal.